Musik Womöglich schlagen Sie sich heute auch wieder mit irgendwas Bürokratischem rum und deshalb sprechen wir jetzt auch über Bürokratie. 52 Bäume ist ungefähr der Papierverbrauch eines Tages in der Bundesverwaltung. Ich finde es großartig, dass wir sensibilisiert werden für die Belastung, die mit Bürokratie einhergeht. Bürokratie sind die Steine im Rucksack. Jeder kennt Bürokratie und ist davon genervt. Hier versuchen wir Bürokratie anschaulich zu machen, auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern, aber wir wollen natürlich die Leute zum Nachdenken anregen. Musik Also wer so ein bisschen Kurioses rund um die Bürokratie erfahren will, der ist hier richtig. Musik Musik Musik